Herzlich Willkommen hier zurück zu Minecraft und jetzt einmal Solo mäßig. Ja, ähm, Spielerklärung gibt es wohl keine mit den Kids hier Minecraft spielen. Ähm, ihr habt gehört, die ersten Folgen waren die ganz ein bisschen hektisch, aber das werden sie immer werden wahrscheinlich. Ähm, gut, irgendwer hat hier schon ein Bett, hab ich gehört. Bisschen was habt ihr mitgekriegt, der Ton ist natürlich nicht perfekt, hat da nicht schon mehr ein Bett gehabt. Okay, Einbildung ist auch eine Bildung. Ähm, der Ton ist nicht perfekt, aber... Normal störe ich nicht in anderen Kisten, aber mich interessiert ein Bett. Das gibt es hier wirklich nicht. Okay, ähm... Heißt das mal am Anfang natürlich ohne Zombies wegen den Kids, später dann wird es natürlich Zombies geben. Wir suchen hier jetzt nochmal wirklich... Schafe. Ähm, ich erkläre euch das jetzt einmal so. Wir werden das hier schön runterspielen, immer mit unserer Welt zusammenbasteln, zusammenbauen, die natürlich wachsen wird mit den Kids. Und mal schauen, wie lange die Kids das mit mir machen. Ähm, jetzt ist natürlich ein großer Bildschirm, sonst immer geteilt, natürlich die Bildschirme. Da unten ist schon mal ein Schaf. Was ist denn noch ein Schaf? Ich suche an mir, ich suche an mir. Also ich glaube das Spielprinzip haben die meisten jetzt eben verstanden. Ähm, es gibt kein Ziel quasi, sondern es wird einfach drauf losgespielt. Also ich bin hier in den Folgen ruhiger, wo ich mit den Kids spiele, denn dann lasse ich ihren Spaß und wenn in irgendein Spielmodus verfallen. Ähm, wo wir eben schon gerettet haben. Wo man nicht entscheiden kann, wer Schwester, wo ist Bruder. Also der Eisbär, der macht komisch, aber nicht. Wirklich gar nichts, das wundert mich, aber. Trinkt Fleisch. Wo war ich hin, hä? Hier ist ein Ei. Wo war ich hin, hä? Wo war ich hin? Ist ganz gut, jetzt haben wir zumindest ein Bett. Gut M, habe ich mir fast gedacht. Gut M, habe ich mir fast. Okay, aber mit was fangen wir jetzt an, ist die großartige Frage. Okay. 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 So. Okay. 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 Oh, 57 war das jetzt. Oh, 57 war das jetzt. Und einfach nur Steine baue ich eigentlich. Ich habe jetzt gar nicht geschaut, wann wir die Folge begonnen haben. Aber sagen wir einfach mal noch, wir haben noch sieben Minuten. Das ist aus dem Himmel herausgestoßen. Das ist aus dem Himmel. Ja, es werden jetzt eigentlich nur Farmfolgen. So kann man das jetzt eigentlich nennen. Hier wird jetzt der Wald ein bisschen ausgerollet. Denn das Haus ist ja nur ein kleines Basillager. Das richtig große Haus ebenso, wie sie alle wollten, mit Küche und so. Das wird erst gebaut. Wir haben jetzt wieder vorkommen, dass ich ihm einzufolgen, so wie jetzt mache. Es sollte auch ein so eine Minecraft-Explay werden. Aber ich dachte, warum kann man sie da nicht mit einbauen, die Kinder. Hier ist es lustig mal zu dreht, hier Minecraft zu zocken. Und es ist auch sicher lustig, was hier entstehen wird. Und es ist auch sicher lustig. Und es ist auch lustig. Und es ist halt lustig. Und dann einmal in den Moment. Als ich hier introductory habe. Dann habe ich eine große Menge Überraschung. So will ich jetzt das seit, das ein bisschen. Und dann mache ich das Nachbar. Und dann einfach mal allein. So, jetzt ist es kaputt Okay So, jetzt ist es kaputt Okay, also Farmfolgen sind ja bekanntlich nicht interessant Wie gesagt, wer die Action nur mit den Kindern sehen wird Der muss halt zwischendurch durchschauen Ich werde halt meistens irgendwelche Sachen machen, die ich in Ruhe machen muss Hier in den Let's Play Ich weiß nicht, sei es jetzt einfach nur Ich kann jetzt eben einfach nur so farmen, was ein bisschen länger dauert Sachen oder Wenn es irgendwas gibt, was ich erklären möchte Sollte sich irgendwas im Let's Play ändern oder so Ansonsten werden wir jetzt den Baum glaube ich machen Und dann werden diese Folge mal beendet Dann werden wir sicher noch eine Folge machen Zusammen Wo ich dann anfange dieses Haus zu bauen Und dann werden wir jetzt noch mal beendet Und dann werden wir jetzt noch mal beendet Und dann kann ich mich nowadays Und dann machen wir jetzt noch mal ab Und dann können wir jetzt noch mal beendet Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020